Herzlich Willkommen zu Altes Live, heute mal aus Cop-Sicht. Hier sehen wir schon unsere Freunde. Hier vorne haben wir den Brian Grambel, dann den Tepenny, dann haben wir den Elchmann, hier haben wir dann unser Harris, mein heutiger Kompagnon, hier haben wir den Joker, hier haben wir den Sally Raven, der Hoshi und wir haben hier Rylan Givens. So, jetzt habe ich es und Starsky. Wir haben hier einen Gold-Transport, den wir noch von, ja, wo sind wir überhaupt? Wir sind in Kavala Hauptquartier und den müssen wir jetzt transportieren. Hier ist jede Menge drinne und ja, ich würde sagen, jetzt geht es mal gleich richtig los. Ich glaube, es sind so 5, 6 Millionen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, wir kommen noch lebend an. Dann viel Spaß. Auf geht's. Alles 11, 17 Uhr. Alles klar. Drei Tage nach... Ich habe gerade extra unten noch weggesagt. Kannst du mal die Tür aufschließen? Ich komme nicht rein. Echt? Ich komme nicht rein. Wem gehört denn der Hunter hier? Ich habe leider keinen Schluss. Öl-Check. Schritt. Hallo. Das ist ja wirklich geil. Leute. Warte mal, ich gucke mal, wie den hier gehört. Ich komme in den Hunter nicht rein. Den gehört Tepenny und Starsky. Von dem bräuchte ich meinen Schlüssel. Kann die Hellcat jetzt ausgepackt werden, Gamble? Eigentlich? Hast du eine überhaupt? Komm zurück, warte. Irgendeiner müsste noch eine Hellcat bitte ausparken. Also der HMG fährt hinter mir, ne? Wer braucht den jetzt? Äh, der Markus Bennett. Und Starsky, ihr müsst euch noch den Air Transport setzen. Ey Mann, hol dir mal ein Dings raus bitte. Der Hellcat für die anderen. Damit wir den Hellcat haben. Hm, mach das. Wüsste ich so, so auskauft. Mach das. Ich mach das schon. Ich mach das halt so. Dann fahren wir wieder ums Horn weg. Fühlst du D-Sync-Problem, habt ihr die auch? Ja, mal halt. Ja, pack. Da blockiert noch ein Hunter, Sally. Jo. So, blaulicht ist natürlich Pflicht, ist klar. Wahrscheinlich seid ihr noch zu dicht dran da, oder? Naja. Ne, so, wer braucht irgendein Schlüssel? War der... User joined your channel. Ja, nimm's. Hast du bekommen? Jo. Alles klar. Dann viel Spaß. So, und Starsky losfahren. Und der HMG muss gleich noch vor den Transport. Also durchsteht, ihr werdet bitte sehr gerne gemacht. Und wie gesagt, blaulicht die ganze Zeit. Oh, ich hab den HMG rausgeholt und follow, by the way. Hallo. War mein Goldtransport. Herzlich willkommen in unserer Aufnahme, Thomas. Danke, Thomas. Herzlich willkommen in unserer Aufnahme, Thomas. Nicht so schnell fahren, ich komm nicht so schnell. Oh, ich werd schon geschossen. Ich hab übelste Desink-Probleme. Guck, ich hab grad ne Höreraufnahme. Thomas, du nicht? Nee. Beschossen? Beschuss? Na, einfach weiterfahren. Vollgas und ruhig. 3.90 Leute, das Ding. LOL. 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 Also Carlo, so extrem, brauchst du nicht mehr. Vor euch, diesen, vor euch, diesen 5 Mann. Kann überhaupt nichts machen, bei mir, die sind alles. Ja, bei mir auch. Ich seh gar nichts. Können wir Sirene? Ja, das, wir sollten alle Sirene anmachen. Nein, das, die kann aus. Darf die 150 Meter vor dir, auf 4 Mann. Verweck' nur der Kurve. Ja, dann hätten wir jetzt schon abdrehen müssen und transporten. Diamantenbienen, oder was? Das, geh mal vor. Ja. Verweck' noch nix. Wo hast du welche auf dem Radar gesehen? Der, der Kurve jetzt hier? Ne, ne, die sind schon vorbei, sind schon vorbei, die waren am Flasigfeld. Ach, da hast du genau, ich merke, hast, ne, dass du bespannst. Nagelband. Ah, links, links fahren, links fahren. Links fahren. Nagelband, ich seh auf der rechten Spur. Ich werd beschossen. Oh, nix Schuss. Schuss. Alle Reifen sind nicht erheblich. Linken Schuss. Okay, weiter. Rechts, rechts auf dem Berg, jetzt bleib' mal. Ja, links, links weg. Hunter links, rechts auf dem Berg, AMG. Ja, AMG, Sperrfeuergebende. Schussflecker. Fahr mal vor, Leute. Musst du hoch haben, musst du Platz machen. Ich fahre schön rechts neben dem LKW, dass er nicht beschossen werden kann. Ja, der kann mich durch den Hunter wechsleiten, ne. Ja, das kann er. Schreib mal bitte einer ne Nachricht. Der Fahrer darf nicht getötet werden. Was ich eigentlich vorhin ja auch geschrieben hatte. Oh, ist das irgendwie nicht rüber, oder was? Wir müssen irgendwo gleich einen Zwischenstopp machen. Wir müssen ein bisschen reparieren. Ja. Oh, ich krieg die ganz gut. Hier ist alles voll, hier ist alles voll. Ja, genau, da kommt schon ein Medic. Wow, okay. Äh, Hellcat ist able. Ja, wobei es geht noch. Ich werde beschossen von rechts, zwar extrem, ich habe keine Reifen mehr. Ich soll aufstellen, dass er reparieren kann. Sperrfeuer die Richtung, oder? Ja, richtig. Sperrfeuer die Richtung, oder? Boah, ich erfne. Ich muss noch die verwerfen. Hier kommt ein Fahrzeug. Hier kommt ein Fahrzeug. Ja, das sind alle hinter euch. Offroader. So, das war's. Ist down. So, Abbruch. 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 Warte, schreib mir. Ich schreib mir. Ich bin als Fahrer drin. Und er, und er wieder, ne? Bist da wo, echt? Mein Heckrotor hat was abgekriegt. Hat einer geschrieben? Ne, noch nicht. Ja, dann mach das mal bitte. Ja, ich kann's nicht schreiben. Ich krieg ja auch mal eine Message hin, wenn du mit dir. Warte mal. Ich mach schon. Ich mach schon. Treib rein. Abbruch. Da die Regeln nicht eingehalten worden sind. Irgendwie sowas. Boah, ich muss das Teil irgendwo dann. Und es war natürlich klar, wer es wieder war. Ja, klar. Roshi kann noch weiterfahren, ja, ne? Ja, ja. Äh, danke. Wir reden immer wieder. Das war ein Querschläger. Ja. Wir müssen trotzdem weiterfahren, oder? Ihr könnt... Der Sunny ist hier vorne, ne? Ihr lebt ihn wieder und... Fahrt weiter einfach. Nee, ist abgeraumt jetzt. Ich hab jetzt... ... ne... ... ne... Wer war schuld? Wollte ich mal sagen. Nee. Wer ist so... Ohne Mist. Lass den der Fahrer aussteigen und retten uns mal. Ja, den schießt hier auch nicht mehr. Den darfst du auch nicht mehr schießen hier, ne? Wenn... Wollen wir den Goldtransport jetzt wieder zurückbringen bei uns? So... Ich würde sagen... Das Ganze hat jetzt bisher auch nicht funktioniert. Wir sind nicht weit gekommen, da die Regen gebrochen worden sind. Wir schauen mal, ob wir hier weiterfahren. Ansonsten ist erstmal abgebrochen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde ich sagen, oder? Wir sind noch gar nicht schlecht. Also, wir bleiben den Termin zu den Tränen.